Warnung, im folgenden Video werden Absolute Noobs Rocketeak spielen und das mit sehr lautem und nervigem Gebrüll. Viel Spaß dabei. Mit starken, dass ich kein Rückspiel reinkam. Ja. 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 Jawoll. So ein kleiner Verkackt, mein Verluxier. Ja. Ja, genau. Ich hab den Gegner dagegen geschubst, in den Ball. Was hab ich gemacht? Wann ist nur noch Gegner dran? Ich hab die alle dahin geschubst. Wann hat er so Gegner? Und dann schubst du ihn nach der Sache. Nein. Nein. Au. 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 Nein. Michi, das ist mal einfach. Der wär aber nicht reingekommen, oder? Doch. Weil ich doch dahinter war. Ja. Ne, 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 ne. Du wolltest einfach nur den Ball von Michi klauen. Nein, nicht. Du hattest deine Schrecken vorher gerade. Richtig ekelhaft. E-kel-haft. Alter, du bist ja gut. Ja, ich bin nach Tor. Der eine geht jetzt grad nur auf Kill. Ne, ne, das ist ein anderer. Okay. Das Spiel gab so ein bisschen mit denen, ne. Ah. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Nein. Gut. Geht. Voll verkackt. Wenn es das gibt. Oh man. Ja. 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 Wie geht's den Ball? Ah man. Und. Ja. What? Eben. Ein. Eben. Ja. Oh. 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 Oh, oh, warte, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Nein. Nein. Schade. Super. Es ist super, ne? Ja. Fand ich auch. Ich fasse mich grad mit den Gegner dann. Die Gegner sind richtig klamm. Trantötig und ich mach gar denselben, Lena. ich weiß dass das spiel bei mir so laut ist es wieder so leise ja ich hab so weit wo ich nicht erstellt das vom stadion abhängen also leute ist ein schlechte gegner und wir müssen uns dementsprechend nicht verhalten sondern genauso druck machen als wenn sie entgegner wenn du das da ist ich kenne diese spiele schon habt ihr oft genug gespielt ich weiß auch noch wo ein dach mal ist ist man wirklich leise das andere stadt noch besser gefallen Jun... BAM Bingo Wie spricht man eigentlich nochmal? Pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup Wie spricht man? äh hier rt rt und ansprechen. rt gedrückt halten. rechts unten die taste. hinten rechts. das ist bei mir die taste. ähm, geh weg damit. hast du bei der bräne jetzt nicht rt? unten rechts ist bei mir die zum boosten und so. hast du nicht rt? mit rt bin ich bei mir. hinten rechts. bei mir auch gas geben. echt? was habt ihr denn da umgestellt? ne, nie umgestellt. was habt ihr für komische gamepads? ähm, sorry. xbox. ja, xbox. logitech. äh, optionen. äh, logitech nochmal. xbox. xbox, xbox. xbox. Das Deutsch ist voll. xbox. xboxım x2 xbox, xbox, xbox. xxbox, xbox, 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 xbox-xbox, xbox. da ich dachte jetzt das weiß ich nicht eben sie bald von mir vor allem ich hab Leo gesagt oder dass ich ihn machen kann also ein von beiden hab ich gesagt gehen sich da was zusammen? wir aber auch ja bitte oh ja kommt wirklich mit sich an naaah td michael neuer michael neuer ne michael neuer ne ich wurde vorher schon rumgeschubst ja von mario echt das von mario danke von mario gomez von diesem mario mach hochhalt michi einmal berühren nochmal für dich ah fuck fuck mist okay schulz jo muss alles raus sag mal schlussverkauf ja ja mario du hast es verkackt hier jetzt abgeholt ja die achterwanne geht so ab die stänze mit der grenze ja 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 ja